So, hallo und herzlich willkommen. Jetzt sind es Nummer viele, dann fangen wir endlich mit der Karriere an. Ihr müsst mir dann, oder du, ja genau du, der jetzt dieses Video sieht, in die Kommentare schreiben, ob man als deutscher Karriere machen soll. Würde ich empfehlen, weil das ist das einzige, was man im Let's Play versteht, weil wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, spielt man bei allen anderen Ländern mit einer anderen Sprache. Also, von der Kommunikation her, und dann versteht man die Funksprüche nicht. Oh Mann, ich... Ähm, das hier habe ich jetzt so nicht gedacht. Motor brennt. Ähm, das hier ist eine Heinkel 162 A2. Joa, auch ein Düsenflugzeug, wie man sieht, der Motor brennt. Äh... Lassen wir uns mal löschen. Was, ich bin verwundet. Ich bin überhaupt nicht verwundet. Das hier ist übrigens die MG. Ach ja, im Cockpit muss ich nur rumzeigen, bevor uns das Ding hier vollends abraucht. Also hier würde ich gerade nicht unbedingt eine Karriere damit fliegen, weil... ...wir schon mal geholfen habt. Ich, äh, fliege hier zwei Minuten. Äh, regel den Motor aus und schon macht's. Brennen, 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 brennen. So, jetzt schaffe ich's vielleicht endlich. Oh mein Gott. Wie ging der Absprung? Ja, soll sich das jetzt zeigen? Ach, wisst ihr was, Leute? Hier ist Nummer 5. Hilfe! Hilfe! Nicht getan! Ja, brennt bei dir der Motor auch, hä? Okay. Ähm... Ja, jetzt muss ich ein bisschen lachen. Wie gesagt, ich würde gerne in solcher Karriere fliegen. Wir können ja danach, wenn ich das gemacht habe. Ich will nur ein Flugzeug vorstellen. 1, 2, 3, 0, 1, 3. Wie, ich bin unsterblich. Ja, das finde ich jetzt cool. Äh, okay.